Hallöchen liebe Balkonfreunde. Für alle die Tomaten-Samen-Packung nicht kaufen wollen bzw. darauf zurückgreifen möchten, haben wir nun eine super Alternative. Wir machen aus frischen Tomaten neue Pflanzen. Quasi wir starten den ewigen Kreislauf. Denn du kannst bereits aus einer Tomate eine ganze Palette neuer Tomatenpflanzen heranziehen. Wie das geht, zeigen wir dir in diesem Video. Was brauchen wir nun dazu? Wir benötigen ein bis zwei frische Tomaten. Des Weiteren benötigen wir Pflanztöpfe, Pflanz- bzw. Kräutererde und etwas Folie. Wie gehen wir nun voran? Als erstes, die Pflanztöpfe werden mit Erde befüllt. Wir verwenden hier Plantura Bio-Kräutererde, die haben wir dir auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Die Töpfe füllen wir aber nur bis zu zwei Drittel circa mit Erde. Denn wir brauchen noch Platz für die Tomatenscheiben und für eine bedeckende Schicht mit weiterer Kräutererde. Die Tomaten schneiden wir nun in Scheiben. Diese müssen nicht allzu dick sein. Man sollte einfach darauf achten, dass eine gewisse Anzahl an Kernen dort mit drin ist bzw. Samen sind es ja. Pro Topf geben wir nun ein bis zwei Scheiben von der Tomate mit herein. Wir drücken alles leicht fest und bedecken dann die Tomatenscheiben mit Erde. Die Anzugstöpfe sollten nun mit Folie abgedeckt werden und an einen warmen Ort gestellt werden. Die Erde sollte immer schön feucht gehalten werden, aber nicht zu nass. Und denk immer mal wieder dran, zwischendurch die Folie abzunehmen, um so Schimmelbildung zu vermeiden. Nun heißt es eigentlich nur noch warten. Nach zwei bis vier Tagen kann man die ersten kleinen Pflänzchen bzw. Keimlinge sehen und nach fünf Tagen kann man schon echte kleine Tomatensämlinge sehen. Nach zwei Wochen sollten die Pflanzen dann pikiert werden, da die Pflanzen bei dieser Methode sehr dicht stehen. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, lasst uns erstmal ein Abo da, aber wir verlinken dir das Video zusätzlich noch in der Videobeschreibung. Wir hoffen, dir hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lass uns doch gerne ein Abo da, um zukünftig keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal.